Ich hatte Sex, okay. Was war da? Was war da? Ah, der hat glaube ich jetzt nicht gedingendst reagiert. Ich weiß langsam seine Tricks. Das war ein Video heute. Was soll ich mir anschauen? Das Video! Ich sehe müde aus. Kleine Schlawiner. Äh, wo mache ich das wieder? Okay. Ihr sagt, äh... Ihr sagt mir bitte einmal, ob das von der Lautstärke so funktioniert. Ob das so von der Lautstärke her funktioniert? Kurzer Test. Fuck Hugo an, der nimmt dich hops des Todes. Ach, glaube ich. Gut so? Okay, gut. Wir fahren fort. Ich nicht. Dann lass mal gucken, was hier los ist bei Hugo. Anscheinend nimmt mich Hugo hops. Meintet ihr, ob das wirklich so ist? Schauen wir uns jetzt an. Und falls es so sein sollte, hoffe ich, dass Hugo weiß, dass ich auch ein... Ich will wissen, woher die die Brille hat. Ich glaube, ich habe den da schon mal gefragt. Weil die gleiche haben. Ich finde so durchsichtigen, äh... Brillen mit durchsichtigen Rahmen übelst frech. Ja. Gut. Über das Aussehen von mir muss man da jetzt nicht diskutieren. Aber das... Ich stehe gleich schon. Geht schon so. Schrecklich schon. Der guten Kontakt zu Hugo wie Hub. Nur ich sah halt im Moment nicht so gut aus. Und da wurden schon von Monte die ein oder andere Videos offline genommen. Wir gucken rein. Ich... Ich... Danny meinte, er fühlt sich nicht so wohl zu Hause gerade. Und deswegen ist er hier. Ich denke, er wird auch wahrscheinlich ein, zwei Tage hierbleiben. Also... Länger als ein, zwei Tage halt. Also er wird ein paar Tage hierbleiben wahrscheinlich. Danny, einfach deutsche Ellen Harpe. Dann wirst du nie wieder los, Kevin. Doch. Ohne er. Und jetzt ist er bei mir, meine Damen und Herren. Darf ich begrüßen, heute hier im Stream. Danny. Ach, warum? Was? Warum? Das reicht schon. Das ist schon perfekt so. Ist schon perfekt so? Ja. Wo kannst du abrollen, wenn du gehst? Meine Nachbarn bringen mich sonst um. Echt was? Abrollen, wenn du gehst. Ja, so. Nein, jetzt nicht Streifen. Du sollst nicht Schlittschuh fahren, aber so. Nein, sie laufen. Digga, mein Luca war einmal da. Also Luca, der die Videos vorbereitet. Und der läuft so aggressiv auf seinen Fersen, dass wirklich die Nachbarn hochkamen und meinten, so, ey, was bei euch los? Wir haben gedacht, 20 Mann sind hier dabei. Was ist einfach nur Luca? Beim Boxen würde ich Sascha... Oh, 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 oh nein, oh nein, Hugo, oh nein. Auseinandernehmen. Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten... Äh... Was? Denken war ja noch nie so deine Stärke. Ich weiß nicht, dass ich... Nein, also ich lieg's, ich lieg's jetzt, ne? Das ist Hugo. Ja, das ist nicht Billa, das ist Hugo selber. Und das weiß ich, weil Hugo hat mich gefragt, ob ich Videomaterial von jemand, von so einem Kind, was er halt benutzen kann. Und dann meinte ich so, hey, nimm dich doch einfach selber. Also ja, das ist einfach Hugo. Und das ist sein Setup. Ja, er hat mittlerweile einen Rechner. Du Hupensohn. Was bist du für ein dummer Hupensohn? Auf was für eine Antwort brauchst du, wenn du mich fragst, wie meine Meinung zu Tierquäern ist? Aber danke für die 1.000 Euro. Das würde dann so aussehen. Hoppala. Carsten sichert sich VIP-Ticket für die Hölle. Weil ich keinen F*** mehr habe in den vergangenen sechs Jahren. Keine Fronts gegen Tanzverbot-Chat. Aber habt ihr das mitbekommen? Das mit Tanzverbot und Fräulein Freitag? Ich hab's nicht mitbekommen. Fräulein Freitag, was ist da passiert? Hatten die so mäßig, haben die Zeit miteinander verbracht? Dann ist was komisches passiert. Weil sie war ja bei ihm, was man gesehen hat. Wie, Cam? Was ist mit mir? Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, was danach noch passiert ist. Beef? Oh, Mann. Ja, das tut mir voll leid, oder? Weil, ich bin euch ehrlich, ich freue mich einfach für Kilian, wenn er so mit jemandem chillt und Zeit verbringt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist nur meine Einschätzung. Ich glaube, dass Kilian da schon ein sehr, sehr netter ist. Und Lust hätte auf was. Also ich glaube, dass Kilian schon ein Typ ist, der halt auf was Ernstes aus ist. Und wenn da irgendwie dann sowas passiert, keine Ahnung, würde ich es voll schade finden. Das ist meine Meinung. Jeder hat seine eigene, aber das sage ich dazu. Du machst jetzt kurz den Alleinunterhalter-Memo? Ich gehe kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Ich würde dir auch mal Fragen stellen und nicht nur immer eben Emojis reinmachen. Max, ich würde so... Ich weiß nicht, warum, aber ich feier den so sehr. Ich finde den so nice. Du machst jetzt kurz den Alleinunterhalter-Memo? Ich gehe kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Ich würde auch mal Fragen stellen und nicht nur immer eben Emojis reinmachen. Max, ich würde sogar schon sagen, dass du mehr Sex hattest im vergangenen Jahr als ich. Deine Hacken ist wichtiger als über Sex reden. Weil du eine feste Beziehung hast. Heißt ja nicht, dass er viel Sex hat. Setzt immer Sex, Max. Er ignoriert so hart, ne? Er ignoriert so hart. Sag's doch. Aber auch geiles Thema von Rehwi. Also wenn es jemand gibt, mit dem man über sowas gerne redet, dann Trymax. Digga, Rehwi, Alter. Fünf Minuten lang, ein englisches Wort zu sagen. Bekommst du fünf Subs? Schaff ich niemals, Diggi. Ich try sowas gar nicht. Oha, direkte Frage. Also ich habe mich selber noch nie anpassen lassen. Dann musst du mal Probetraining bei Willis Mannschaft machen. Soll ich dir mal sagen, was wir für ein Auftraberritual damals in der Mannschaft hatten? Hau aus. Sven Rusche gemeinsam. Dann wurde das Lichtamt ausgemacht. Oh mein Gott. Und dann wurde der Mann angestrahlt. Was? Das ist ja geisteskrank, Willi. Ja. Herzlich willkommen im Team. Das ist was ganz normal. Boah, das ist hart ekelhaft. Okay. Trigger Spirit dann. Wer mich anpinkelt, ne? Keine Ahnung was dann ist, aber auf jeden Fall ist sauekelhaft. Der kriegt so eine rechte und so eine linke zurück. Bam. Heißt das Uppercut? Wenn man von unten... Was auch immer jetzt kommen sollte, wirklich. Es hättest du ja auch... Guck mal, meine Softbox war in dem Moment aus. Okay, Hugo. Wenn ich mir ein Video anschaue ohne Softbox, dann ist es auf gechillt und auf entspannt. So, dann ist es nicht so, wo ich sage, okay, das ist am Ende des Tages etwas, was dann noch auf YouTube oder so landen soll. Oder es... Die Softbox waren... Es war Feierabend. Das war das letzte Video. Kurz vor dem Offline gehen. Das machen wir nicht vor meinem Motto. Die können... Ja. Also, könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel. Steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem... Trigger. Hugo, pass mal auf. Ja? Das hier war auch im Rahmen von einem Video. Das, was du letztes Mal verwenden... You're sure? Sooo, nicht. Das war im Rahmen von einem Video. Du hilfst mir nicht bei meinem Coming Out. Was ist für ein Coming Out, wenn das Videomaterial schon existiert? Hä? Ein Coming Out ist etwas, wo etwas, was noch nie davor gezeigt wurde, rauskommt. Ja? So wie bei dir, dass du einfach ein kleiner Pisser... Das wäre ein Coming Out. Weil du zeigst dich nicht mal. Okay, du hast dich jetzt hier in dem Video kurz gezeigt. Okay, da hat man es gesehen. Aber ansonsten... Hugo, du hilfst mir gar nicht. Du hilfst mir gar nicht. Ja. Existiert Videomaterial. Ja. Oh, ho, 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 ho. Ha, ha, ha. Na, 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 na. Das war auch im Rahmen von einem Video, was nie veröffentlicht wurde. Das Video kommt noch, Leute. Ha, ha. Oh, Mann. Wiederschauen. Ich hab das Video. Ach, ha, ha. Ach, ha. Ach, ha. Ach, ha. Ach, ha. Ach, ha. Ach, ha. Ja, ja, ja. Da muss ich los. ... Das war Kevin seine Zigarette die ich im Mund hatte, was soll ich machen? Was ich richtig eklig finde, egal welche Religion du anf- an- egal auf welch- Wie oft habe ich einen Porto an, der mir gefällt, ich habe immer 3 oder 4 Porto aus 13 oder 4 Porto am Gange Kurzer Headglitch 5 Sterne Kochriese Ey das wird gut, das wird gut Ich hoffe die kriegen alle ihre Strafe dafür, das ist richtig unkorrekt so was Wer ist das? KuchenTV Ach das ist der KuchenTV, was macht der? Was macht der? Von dem und wie gibt's wenig Also der backt halt hauptsächlich, also KuchenTV kommt der davon, der backt halt sehr sehr viel, macht so Konditoreisachen, Plätzchen ist er auch sehr stark und ist eigentlich dafür bekannt, dass er immer Vanille verwendet, das ist so sein Signature Egal was der macht, er macht immer ein Vanille rein Liebt der Vanille oder? Ja er liebt, zum Beispiel egal, wenn er ein Getränk macht Alter, Marc Junge Also Marc auch neuer Stammgast bei Hugo Ich will ja nicht sagen, aber das klang echt gut Wenn ich so keine Ahnung hätte Und jemand sitzt neben mir und sagt dann Der KuchenTV ist dafür bekannt, hier Kuchen dies das Ich würde sagen, okay cool, danke Danke Nice, thank you Hugo, aber sehe ich auch Wirklich mit Viktoria gemacht, ich hab schon letztens gesagt Sympathisches Pärchen, wirklich Da macht er sich's bequem in den Videos Auch jetzt der Joke mit KuchenTV, dass er gerne so Sachen backt und so Gülig Mach der Vanille rein Es ist extremst sauber, finde ich Also ich Verpasst euch Äh Piss dich Äh Also Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Warum ist? Wir werden jetzt gleich gemeinsam in den Raum Meine Pfeil-Tasten übrigens, äh, keinen Bock zu benutzen Der sieht voll gut aus Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Warum ist? Wir werden jetzt gleich gemeinsam in den Raum mobilisieren Mit Jude Bellingham Ja, Mann, und einen von denen hat's erwischt Ah, ich will's nicht spoilern, aber warte es nochmal Reus? Stretching-Routine Yo, hallo, ich grüße Ja, ja, ey, das hab ich so geliebt, Alter Als ich das gesehen hab, Bruder Den hab ich auch so gefühlt Den hab ich wirklich so gefühlt, Mann Aber, ey, Hala muss man sagen mit Pamela Reif? Hm, also nicht, dass ich jetzt irgendwie so geiern würde, aber Wir werden jetzt gleich gemeinsam in den Raum mobilisieren Mit Jude Bellingham Stretching-Routine Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich aus der EZ Eine Sache, die mir besonders gut am Laufen schon immer gefallen hat Ich kann meinen Kopf genau, genau, genau nutzen Ich kann meinen Kopf gebrauchen Das heißt, ich kann über vieles nachdenken Ein paar Sekunden später Kurz stehen bleiben und drüber nachdenken Wenn ich lauf, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen So was müsst ihr euch vorstellen Wenn ich fürs nächste Turnier trainingiere mit Sascha Ich muss Sascha zwingen, ein bisschen Warzone zu spielen, aber ich trainiere so viel. Und dann habe ich Sascha in meinem... Ich habe keinen Rucksack. Ich habe auch eine Lektotasche. Sascha, in meinem Rucksack drin. Er passt für seinen Körper. Da ist er drin und dann... Bam! Erster Platz. Wir holen das Preisgeld. Und... Ich habe das Haus gemacht. Und wie Micky sich drauf vorbereitet. 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, Zartbitter-Schokoraspel. Oder ein bisschen? Ich kann es nicht ausdenken. Nee, oder? Hat er das wirklich gemacht? Zuerst mal auf krassen Kuchen rein. Jo, Digga. Auf, entspannt. Aber ich muss eine Sache sagen. Sowohl Max als auch Micky haben schon beide Gewicht verloren. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall einer von beiden Saved. Also Micky Saved. Weil bei dem Paintball-Event, bei dem wir waren, hatte ich noch mit Micky drüber gesprochen. Ich meine aber, beide haben Gewicht verloren. Oder? Hat Max nicht Gewicht verloren. Ich glaube, Micky auf jeden Fall Saved. Ich glaube, der hat sogar 10, 10 Kilogramm oder so verloren. Max nicht? Okay, dann war es nur Micky. Tut mir leid, dass ich im Reakt im Übrigen so bad bin. Ich gucke mir einfach Videos an und bin meistens ruhig. So eine richtig schöne Bauernsochter. So eine richtige Schweizer Derndl. So richtig geilen, blonden Haaren. Und so richtig dicke Milchtypen. Ich finde Schweizer Milchen. Boom. Auf Ende Schweiz mit Memo. Ja, ich bin raus, Jungs. Ich bin raus. Ich bin raus. Wenn wir euch eine schöne Frau sehen, dann behalten wir das für uns. Ich will nämlich nicht von dem Sonderurlaub nochmal in den Urlaub. Boah, guck mal da rechts, Memo. Dann können wir für uns so sagen, okay, oha, Maschallah. Aber nicht so, ne, wie in den alten Zeiten, Digga. Das machen wir nicht. Und die Streams, ey, ich war da leider nicht da, Mann. Ja, aber ich habe noch einen Clip gesehen, irgendwie war es mit einer roten Ampel, aber waren die nice? Also ich habe auch noch mal gesehen, dass die verfolgt wurden und so. Ja, natürlich. Ich finde bei Marcel so die Streams von unterwegs, die sind sehr erfrischend. Und ich glaube auch für ihn selber sind die sehr geil. Er war ja sehr viel so wie ich hier streamt, daheim. Und wenn er halt so unterwegs ist, auch gerade mit Memo zu zweit und so, schon geil, ehrlich. Memo, okay, so, ich muss das noch mal sagen. Memo mit 5 Uhr. Um, we relaßen das noch. Also, es ist eine ganze Umherstelle. Da ist die Kampagne. Um, das ist die Quämmel. Der, wo wir brauchen. Wir wollen drei. Was für dich? Hö. Ö. 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 Junge, oh Memo, ey, dicke, holy shit, auffälliger geht's ja gar nicht. Ich muss sagen, ich muss wirklich gestehen, Chad, ich guck Frauen auch auf den Po. Aber ich kann halt einfach manchmal nicht weggucken. Meine Augen wandern auf den Po, nicht in den Po. Nur Frauen? Ja, Typen auf dem Po? Selten? Ich weiß nicht. Was soll ich damit? Ich guck meistens aufs Gesicht und so. Memo, reißen Sie sich zusammen. Memo, jetzt zusammenreißen, ne? Bitte? Wir können später nochmal drüber diskutieren. Hä, als ob ihr jede Frau hübsch findet. Was geht denn jetzt ab? Waren die alle wegen, warte mal, spielen die jetzt gerade Pokémon Go oder gucken die in den Stream und warten auf Monte? Was ist die Mission von denen? Die haben gewartet. Alter. Ja, ich glaub, das ist so ein Nachteil, ne? Wenn du aus so einer Stadt streams, wie Zürich waren die, ja, oder? Und, äh, dann, keine Ahnung, safe Pokémon, ja, ich denk auch, Streamsniper. Ja. Äh, wenn du halt so durch die Stadt läufst und auch entspannt so streamen möchtest, dann wüsstest du, kann halt, können halt easy Leute, die da herkommen, einfach dich verfolgen, so. Deswegen, keine Ahnung, so ein einziger Nachteil. Aber ich glaub, ich weiß gar nicht genau, wie Marcel es geregelt hat. Ich glaub nicht, dass er Bilder gemacht hat, oder? Dann wahrscheinlich gesagt, so, ey, nee, ich stream jetzt. Keine Bilder, ja. Bock nicht ab? Stream. Ich muss euch ehrlich sagen, äh, ich weiß nicht, wer jetzt aus Zürich kommt, aber wer schon mal in Zürich war. Äh, ich find Zürich tatsächlich eigentlich relativ, äh, nice in Zürich, echt. Und Luzer, find ich auch sick. Die Schweiz generell, find ich sehr, sehr geil. Muss euch ehrlich sagen. Hat jemand danach gefragt? Hab ich mir schon gedacht. Memo war ein bisschen sass, aber Monte hat sich so gut erkannt, zusammengerissen, also kein Twitch-Bahn. Ja, Bruder, ich hab mir so viel was im Hals gehabt wieder, Mann. Ja, ich muss sagen, äh, gutes Video von Hugo. Äh, ich hab nur langsam das Gefühl, dass, äh, Hugo, äh, gerade, wenn ich ihn jetzt nochmal so anguck, hier, in seiner Zentrale, dass er auch immer ein bisschen frecher wird. Also, Hugo, da, ähm, drück ich heute nochmal ein Auge zu, ja, unter Kollegen. Ähm, aber war ein gutes Video, hat mir sehr gut gefallen, hat mich abgeholt. Äh, der geht ein dicker Kuss raus an den. Ist übrigens für das, was er gestern gesagt hat. War das gestern? Ja. Man sieht meine Hand nicht. Goddammit! So? Ähm. Dann drück ich heute nochmal ein Auge zu, ja, unter Kollegen. B****